Guten Abend, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Großdemonstrationen gegen geplante Freihandelsabkommen mit den USA und Kanada. Zehntausende gingen wie hier in Berlin und sechs weiteren deutschen Städten auf die Straßen, um gegen TTIP und CETA zu protestieren. Aufgerufen zu den Kundgebungen hatte ein Bündnis aus Gewerkschaften, Parteien, Umweltverbänden und kirchlichen Organisationen. Bayerischer Innenminister kritisiert BAMF. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge habe die Identität von Flüchtlingen nur mangelhaft geprüft, so Joachim Herrmann im RBB. Bestichproben von Flüchtlingspässen in Bayern habe es einen erheblichen Anteil von Fälschungen gegeben. Oktoberfest in München eröffnet. Für das Volksfest gelten diesmal besonders strenge Sicherheitsmaßnahmen. Die Besucher dürfen keine großen Rucksäcke und Taschen mit auf das Gelände nehmen. Bis zum Ende des Festes, am 3. Oktober, werden sechs Millionen Gäste erwartet. Die Ergebnisse der Fußball-Bundesliga. München-Ingolstadt 3 zu 1, Dortmund-Darmstadt 6 zu 0, Hamburg-Leipzig 0 zu 4. Hoffenheim-Wolfsburg 0 zu 0, Frankfurt-Leverkusen 2 zu 1. Hilmar Tate ist tot. Der Theater- und Filmschauspieler starb bereits am Mittwoch in Berlin. Er wurde 85 Jahre alt. Tate war einer der bekanntesten Schauspieler der DDR, feierte aber auch im wiedervereinigten Deutschland Erfolge mit Serien wie Der König von St. Pauli. Das Wetter, nachts in der Mitte und im Süden Regen, örtlich unwetterartige Mengen. Morgen dort weiterhin Wolken und gebietsweise noch Regen. Im Norden und Nordwesten freundlich, Höchstwerte 13 bis 23 Grad.